moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen krassen video von wie ihr seht habe ich jean einfach leute einfach mega nice mein freund hat mir einfach jean gezogen alter leute was ein ehre man leute ich möchte jetzt dass ihr unten in die kommentare schreibt hashtag ehre mann okay an meinem freund hashtag ehre mann und jawohl ich werde heute mal mit china ein bisschen zocken ich habe ihnen gestern im stream schon gepusht und ja dann zocken wir jetzt ein paar runden ich war ja das war mein letzter mietischer ich noch brauchte und man braucht drei jahre um eine box zu öffnen drei jahre später xd lol der hat einfach die kiste so gelassen ich feiere jean irgendwie von der mythischen cdr naja der mythische ist eigentlich geil sechs ein halb stunden später ob da ist noch ein schien und ich sie leute jean gegen jean wer gewinnt er war in die gaming gewinnt so lange ich habe bisher noch gar keinen richtigen kein richtigen kein richtigen ich werde die um die solchen anziehen ein ist doch hält warum zwei ebit oder komm her komm komm zu mami und du gewick von mami gewick von ok laute ich laufe direkt in seiner umbahn ach egal lauten lass uns direkt die nächste runde spielen plus 6 und ja loll ich würde sagen ich bin zur runde mal so lange soll das wieder auch nicht werden 6 1 halb stunden später 6 1 halb stunden später was ist das alter was ist das aber warum ich lange bekomme kub ein und machte 100 schaden mehr was macht dieser borki alter dass ich habe vergessen mit jean spiel dann trau dich kommt trau dich Alter, komm Komm her, trau dich Ja, easy Easy Oh, Leute Gene ist am Stösel, ja Oh, nein, das schaffe ich nicht Ich muss Ems ranziehen, weil die ist im Nahkampf nicht so gut Nein, oh, ich verkack das direkt Alter, ich feiere das, wenn er so schießt, ne Und dann fliegt es da so weiter Und du, Alter, komm jetzt, Ende Okay, Leute Das wollen wir los Also, Leute, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen Ich schicke jetzt mit einem Like und einem Abo Bald 3000 wäre richtig nice, was wir bald schaffen noch dieses Jahr Also, teilt mich, würde mich mega freuen Und ja, alle Hashtag Ehrenmann in den Kommentaren Und ja, let's go und chokoko in Gaming